... Wie kommen wir bei Con R? Wo gehen wir heute raus? Con R. Ist Nicolas Cage schon draußen? Ja komm, Polizei. Ja, ja, lass da oben gehen. Ja, passt. Wohin? Ja, es war ja. Rote Markierung. Ach, raus. Äh, Heibriger. Hallo. Schaffen wir das? Na klar. Ich will das scheinen. Ich fliege nicht rein. So, ich schnippe bei Berger hier mal am Arschwerdenflug. In der Tat. Das war jetzt mal richtig passend. Berger. Das war richtig gut reagiert von dir. Man muss sich ja auch mal loben, ne? Ja, danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Danke, danke. Danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Ich versuche eine Dachlandung hinzulegen. Ja, ich geh unten hin. Ich geh zwei Häuser weiter. Okay, die anderen gehen komplett rechts. In die Villa hat was. Aber gleich, Anna ist hinter der Villa gelandet. Ja. Okay, bisschen ruhiger bitte. Shit, hier ist noch keine Waffe. Hier ist noch eine Zweier, Westerbäcker. Mhm, nehme ich gerne. Liegt auf dem Tisch. Mhm. Hast du schon eine Pistole? Ja, Pistole und eine Shotgun. Okay, sehr gut. Sie sind in der... Das bist du. In der Mainstone sind sie. Ne, es ist eines hier unten auch. Das bin ich. Also bitte nicht auf mich schießen. Oh, dein 16, sehr schön. Mit viel Schuss, aber es zählt. Wann mal. Was? Aufs Dach. Entschuldigung. Der Ruf ist auf dem Boden. Der Ruf ist auf dem Boden. Der Ruf ist auf dem Boden. Wir gehen nicht in die Wasser. Wir gehen nicht in die Wasser. Wir gehen nicht in die Wasser. Wie ist der Fisch? Links. So, zwei Leute definitiv. In der Mensen? Mhm, oder aus dem Raum. Warum? Ah ja, Anna... Nicht zeigen! Nicht... Nein! Ach, Bernie! Zwei. Warum hocke ich hier wohl? Keine Ahnung. Ja, aber... So, Anna ist hier unten in der Mauer. Berger, Vorsicht! Direkt hinter der Mauer ist er. Nicht nur der hinter... Ja, genau. Nicht drüber klettern, bitte. Ja, ne, ich hab nicht vor. Ich will nur gucken, wo er ist. Da, okay. Aus genug. Dahinten ist noch einer. Der stirbt gleich. Wo schießt der? Zwischen den Häusern, okay? Ich hab keine Muni mehr. Zwischen den Häusern da. Maktosa. Welches? Ja, zwischen den... Ja, zwischen den... Ja, zwischen den Bunker los hier. Für den nicht... Da ist noch einer! Bunker los! Jo. Hast du noch Muni für die M16, die wir empfehlen kannst du dir ja nicht? Hm... Gar nichts mehr. Nur noch... Ab nur... Ja. Ist der tot. Gut, dann lass uns mal runter. Hoppala. Also dümmsch... Dümmsch die Idee war, ist 4er auf die... M16. Jo, das ist auf die Distanzen ne scheiß Idee. Ja, das ist mal aufgefallen, wo ich ne anvisiere wollt. Haben wir super gemacht, Jungs. Mhm. Sehr gut. Oh, Muni, sehr gut. Du kommst du so schnell hierher? Ich? Ja. Ja, guck mal meine Gesundheit an, dann weiß es. Hm. Ich hab den Belgier gemacht. Ich war ohne gechackt, oder was? Dürft ihr irgendwas auch noch haben? Hier ist ne DP noch drin, glaube ich. Ja, hab ich genommen. Hier ist ne DP noch drin. Nicht zum Heim? Nee, keine Heilung. Ich hab vier Verbände. Ja, Moni. Das muss hier mit dem Moment nehmen. So, nicht schlappig werden, geht weiter. Hier ist noch ne Umpe, Bernie. Hier, wo ich jetzt gerade bin. Äh, Chris, was willst du haben? DP oder? Ne 2er Westen. Ach du, ich hab auch nix. Also ich darf an, ich Bernie sah, was ich vorhin die SKS leinte, dass man tötet da mich. Sag's nicht. So, wo ist hier ne Umpe? Da in dem ersten... Na, im ersten Kaufhaus hier. Ja gut, ich... Hier ist noch, hier ist jetzt noch ne Umpe. Sniper hat jetzt auch keiner von euch. Oh, mhm. Jetzt ne mehr. Schüsse weitend wie an dem Osten. Mhm. Da ist auch schon auf. Ja. Ja. So weit ist es aber auch nicht. Ne, Wald drauf irgendwo. Ne, 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 ne. Das ist hier nicht so weit. Ich glaub, ich hab da jemanden gesehen. Ja. Ach das Gurt mal drauf? Connection failed. Ja, da brennt, da, das rollt aber nur. Beim Stein? Ja, sehen. Ja, mit der M4 muss ich so weit vorausschießen. Jo, ausgenommen. Und hinter dem Baum ist auch irgendwo einer. Ja. Ja, der läuft zum Auto. Ne. Es läuft weiter. Wo? Am Baum. Direkt bei dem Auto. Also. Alter, warum treffe ich ihn denn nicht? Ja, da. Ausgenommen. Habe ich jetzt einen Kill bekommen? Ne, das, das, da, bei dem Stein ganz ganz hinten ist noch einer. Ja, der läuft da. Denk dran, dass die, dass die gegen irgendjemand gekämpft haben auf dem Hügel. Das bedeutet, die werden uns gleich ein Visier nehmen. Ah, da. Die laufen. Von links. Wo? 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 Von links. Das ist gegenüber von rechts. Ich sehe gerade bei mir leider keinen mehr. Oha. Bendy ist dichter. Nice. Bendy ist dichter Bildschirm. Hä? Nichts, alles gut. Oh. Von wo denn? Wow. Ah, von da ganz hinten. Das war aber jetzt nichts kleineres mehr. Da kenne ich meine Leiche. Faszinierenderweise müssen wir jetzt zurück. Fuck. Ne, hier wird noch immer auf mich geschossen. Das ist alles von da hinten. Ich definiere da hinten Richtung. Wer? Oh. Irgendwas aus Nordosten. Aber vom Hügel, vom Hügel aus schießen sie auch irgendwo. Der ist ja weit entfernt. Äh, genau Osten. Hinter einem Raum steht er. Da hab ich ja nicht schon gern noch gelootet, oder? Ne, 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 ne. Doch, doch, doch. Das ist nur Büsche. Das ist nur Büsche. Das ist nur Büsche. Das ist nur Büsche. Ein ganzes Team. Recht genau, äh, genau im Osten. Weit, weit hinten. Ja, 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 sieh ich. Ja, ich hab... Ne, los nicht näher ran. Los. Ich geh auch weiter in Zone. Ist zu weit weg alles. Und vom Hügel aus schießen sie auch. Also von den Bunkern. Leider sehr viel Muni verballert, aber... Ja, ich hab auch nur noch einen Mark. Na ja, scheiß drauf. Haben wir keinen anderen Mal. Einfach rauf da und fertig. Ja. Ja. Ja, die Kälze... Dieses Kälze natürlich cool, aber... Ich pack jetzt mal das Zweier, wie ich hier lieber auf die Umpe. Die, äh, links von uns laufen sie auch. Klar, parallel von uns. Ja. Die schaffen das auch in die Zone. Ich push mich jetzt mal hoch hier, damit ich wieder heile. Achtung, die kommen von links. Okay. Hier doch keinen. Ne. Das ist klar. Bei dir ist der Hügel im Weg. Hinterm Bär... Puh. Links heißt nicht immer, dass sie gleich 10 Meter links sind. Sind die das? Ja, ich bin das hier. Ich versuch die gerade noch. Oh. Oh. Shit. Ah, shit. Was ist denn hier shit bei euch? Die ganze Zeit. Wir sind hier. Ja, ich lauf gerade von hinten rum. Okay. Jo, einer ausgenockt. Nice. Seht ihr schon vorne an? Tot. Nice. Einer ist tot. War das noch bei den Bäumen dort? Ja. Hinter dem Hügel? Äh, ne. Da ist Free, glaube ich. Südosten etwa war das. Bei Bagger. Da könntest du jetzt... Oh, da ist noch einer. Südosten. 145 ist gerade einer auf den Hügel rauf. Äh... Hinter den drei... Hinter den Bäumen. Und hinter die Bagger? Mhm. Ja, der hat mir gerade ordentlich den Helm weggeschossen. Zirka 140, 145. Erhöhte Position von ihm, oder? Ja, der ist erhöht. Der ist... Auf der Hinterseite von dem Hügel ist er hochgekommen. So. Oh, nice. Ah, boah! Bei den beiden Felsen. Bei den beiden Felsen auf 160. Seht ihr die? Ne, noch nicht. Ne, ne, Leute. Wo seid ihr? Ja. Umdrehen, umdrehen, umdrehen. Das ist hier bei mir. Ach so. Ach da! Jetzt hab ich ihn gesehen. Scheiße. Jetzt hat er mich auch... Ausgelockt. Ah, ich seh ihn ja. Ja. Ja, kill. Nein, nein, da ist noch einer. Da ist noch einer. Nein, das nicht. Doch! Jetzt. Hab ich ihn auch. Der war auch nur ausgelockt. Leute, wenn ich sag, da sind noch zwei. Jetzt sind alle weg. Ich lass die. Ich muss irgendwas zum haben hier. Ich hab keine Munition mehr. Ich hab keine Munition mehr. Ich hab keine Munition mehr. Ja, nicht nur das. Na gut, der hat hier nichts. Was brauchst du für Muni bei dir? Alles gut, ich nehm mir schon. Ich brauch erst mal Fünfer. Fünfer wär super. Oh, jemand hier ist tough. Nein, hab ich. Danke. Fünfer wär super. Hat jemand Fünfer? Ja, warte mal. Ich geb dir hier 60 Schuss ab. Mhm. Oh fuck, wir müssen. Ja. Wenn man auf Tastatur gehen würde. Ich hab auch ganz vier Fünfer dabei. So, 60 Schuss. Warum geht man nicht? Ah, warte. Ja, warte mal. Hau mir wieder ein bisschen was raus. Oh, perfekt. Und in die Zone. Ja. Ah, Caps Lock war ein. Denk dran auf Automatik zu stellen, falls du eine neue Waffe hast. Ja. Ah, ich bin auf Auto. Ich vermisse, ich hab sacht was gehob noch drauf. Nein. Nein. Alles gut, Bernd, die lauf einfach. Das waren gerade gute Kills, aber... In den Häusern. Gehen wir rechts rüber? Ja, links zum Wald. Links zum Wald, shit. Hoch quasi. Will ich gehen. Erhöhte Position suchen. In den Häusern ist safe irgendwas. Ja. Eieieieieieieiei. Scheiße, jetzt ist er gekommen. Ah, ist angekommen und die tut weh. Die tut richtig weh. Ja. Ja, ich hab alles. Sehr gut. So, ich glaub gerade ist das 8. Scope mal weglassen. Ja. Ne, noch mal Bedarf drauf packen. War unbedingt erst... Also ich würde... Ich hab sie mir als Silvkoffer und ne Sanitas, aber ich brauch Energys. Ich hab keine Engys. Ich auch nicht. Ich seh da unten ehrlich gesagt. Ah, da ist einer ums Haus schlägt dann da rum. Siehste? Ne, noch nicht. Einem Ghillie-Suit. Beim Buggy. Ja, ich sehn, ja. Warte mal, warte mal, warte mal. Check da hin. Einer ist da. Der Ghillie-Suit? Nein, nicht der Ghillie-Suit. Wo ist der Ghillie-Suit? Steht in der Tür. In der offenen Tür. Hinter das Gebäude. Zwei Kills. Sehr schön. Dass der ist tot. Und das war's ans Kurt. Nein, nein, nein. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Der Ghillie-Suit. Jetzt ist es. Ich hab einen Kill. Direkt. Sehr schön. Vielleicht fällt irgendwo für mich ein Helm ab. Oh, nice. Hier ist ein bisschen Energy für dich. Was? Ja, ich. Moderat. Vom Berg um. Hier liegt ne Karte rum. Jo, hier ist ein Moderat vorbeigefahren. Dann hol ich mir die Karte noch. Ich brauch eben nen fucking Helm. Bei dem Ghillie liegt noch ein Zweier. Ich werf das Zeug hier jetzt mal raus. Der M24. Der ist zum Drop unterwegs, der Motorradfahrer. Dann hat man sich keiner nen Ghillie genommen. Ich spiel keinen Ghillie. Ja, ich schon. Das ist keiner in der letzten Zone. Das ist ganz interessant. So, Chris? Ja? Kommst du rein hier? Wir müssen weiter, wir müssen weiter. Ach so, scheiße. Was ist das? Ja, ich wollte dir Energyzeug geben. Hab ich, hab ich. Okay. Okay, weiter. Äh, direkt vor uns. Direkt vor uns Süden. Ein ganzes Squad, was zum Hügel hochläuft. Hm. Wir müssen zu dem Stein da, vor uns. Ja. Das wäre das beste Deck. Das Problem ist, da unten liegt der Top. Das ist der. Okay. Das ist der. Aber der Baum ist mit drin. Ja, geh dir zum Baum, ich geh zum Stein. Äh, wenn wir doch noch mal das Achter Scope draufpacken. Okay, scheiße. Die sitzen, auf dem Hügel sind. Ist der ganze Squad von denen. Ja, ja. Wir müssen schon wieder verkackte Kack nehmen sollen. Ja, einmal hab ich sie angehittet. Ja. Das ist krass nix, das ist das Problem. Äh, hat einer von euch ja die Kack mitgenommen? Ja. Ich hab einen ausgenockt da drüben. Ich krabbel gerade weiter hier. Wir kriegen einen Schuss. Ah, sehen wir. Die sind geflüchtet von unserer Seite. Ja. Ja, wir müssen langsam. Fack, ist hier irgendwo Sicherung? Sicherung? Ja. Auf mich wird geschehen. Ach, hier unten. Ausgenockt. Warte, fack, wo schießt denn der? Scheiße. Der schießt fürchterlich schlecht. Alter, Chris. Alter, von wo verdammt? Ich seh den Typen nicht. Okay, ich geb Helge helfen. Ja. Ballet ihr noch immer auf mich? Aber ich weiß nicht von wo. Irgendwo vom Hügel aus. Der ist aber furchtlich schlecht. Der Typ. Ja, hinterm Baum. Alles klar. Ich seh, ich hab ihn gesehen. Der ist hinterm Baum. Da muss er jetzt raus. Sehr schön. Okay. Zwei Gegner, äh, drei Gegner noch. Fuck, Alter, mein Leben. Ah, sie pushen hoch, sie pushen hoch. Zu dir? Nein, bei dir. Bei euch, bei euch. Bei mir ist keiner mehr. Wo? Wo pushen die hoch? Wo, wo genau? Gegenüber vom Berg. Bei euch. Okay. Näheres kann ich grad nicht sagen. Sind die auf die Hinterseite vom Berg? Ja. Hast du Granaten? Hast du Granaten? Nee. Scheiße. Ja, doch, doch, doch. Ja, schmeiß mal Richtung Baum. Ist ja in der Himmelsrichtung. Da, wo ich jetzt stehe, Blick Richtung Westen. Oh, auf mich wurde geschossen. Ja, okay, ich weiß, wo sie sind. Okay. Berndi, warte. Ja, da. Alter! Schack! Scheiße! Direkt hier bei mir, Berndi. Kommt jetzt zu mir. Weiter, weiter rüber. Schmeißen, wenn du noch Granaten hast. Scheiße. Berndi, du musst. Ich hab keine Sau gesehen gerade mehr. Ja, der war direkt hinterm Gras. Also, Chris jetzt quasi da oben, wo wir gerade gestorben sind. Oh, direkt vor dir. Okay. Puh. Also, der andere ist, sind, äh, die kommen jetzt zu dir. Ja, einer hier noch oben am Berg. Hier oben am Berg ist noch einer. Ja, das sind die letzten beiden. Müssen da oben sein. Die müssen, der, das ist sein Comparte. Die, der hat jetzt gesagt, der ist hier unten. Das bedeutet, die kommen zu dir. Das brauchst du jetzt glaub ich nicht. Ach, fuck it. Pass mal hier auf. Ich tippe mal hier, dass die von rechts kommen. Naja, warte mal. Die müssen da jetzt runter pushen. Ja, warte, warte. Ja, vor dir. Das war ne Blend. Alles gut. Jetzt. Boah, nice. Ja, man. Ja, du bist ein Tier. 10 Kills, ey. Oh. 10? 10. Ich hab 3. Ey, der Horn hat abgewählt hier. Oh, wie viel hast du, aber... 10 plus 15. Oh, nice. 15 ist super. Super, super, super. Oh. Also, Jungs, das kotzt mich gerade an.